Hallo liebe Pilzfrande, schön, dass ihr euch wieder reingeklickt habt. Im heutigen Video geht es um die Frage, was ist eigentlich ein Pilz, bzw. was ist Pilzmycel? Kompliziert ausgedrückt ist das Pilzmycel die Gesamtheit aller Hüten, also der fadenförmigen Zellen eines Pilzes. Ein bisschen einfacher ausgedrückt, das ist das weiße Geflecht, das man hier sieht. Der Pilz doch wächst seine Nährstoffe und nimmt sie dadurch in sich auf. Das was wir dann zum Schluss sehen, im Supermarkt kaufen oder im Optimalfall selber züchten, ist eigentlich nur der Fruchtkörper des Pilzes. Wenn dir mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wenn du mehr über das Pilze züchten erfahren willst, abonnier gerne meinen Kanal oder schau auf meiner Webseite fungino.de vorbei. Ich würde mich freuen, in diesem Sinne, bis bald.